Hallo und herzlich Willkommen zu den BSK News im Juli. Auch wenn wir uns in den letzten Wochen des Sommersemesters befinden, haben wir noch einige Seminarempfehlungen für euch. Auftakt macht den Abendvortrag mit Dr. Martin Ernst zum Thema Arche Noah und die Sintflut. Gleich am 1. Juli um 20 Uhr geht's los. Sei dabei online oder vor Ort. Am 19. Juli ein weiterer Abendvortrag mit Dietrich Mang zum Thema Personalführung mit der Bibel in der Hand. Ein weiteres Seminar mit Dr. Martin Ernst findet am Samstag, den 2. Juli, statt zum Thema Schöpfung oder Evolution. Wer sich tiefer mit dem Thema Taufe beschäftigen möchte, dem empfehlen wir das Seminar mit Dr. Markus Liebelt. Die biblische Lehre von der Taufe. Auch in diesem Monat wird unsere BSK-Series Themenreihe Bibeltexte einfacher verstehen mit Dominik Kramer weitergeführt. Sommerzeit gleich Urlaubszeit gleich Lese- oder Studienzeit. Vom 15. Juli bis 10. September gilt auch dieses Jahr unser Sommerspezial. Wer in dieser Zeit Eigenstudienmaterial bestellt, erhält 35% Rabatt. Mache aus deinem Kurzzeiteinsatz eine Jüngerschaftsschule. Mit unserem neuen Programm Kurzzeit Plus unterstützen wir dich in deinem Kurzzeiteinsatz, indem du einmal pro Monat ein Seminar bei uns besuchen kannst. Entweder online oder im Selbststudium. Wir wünschen euch einen guten Sommer und bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020